Ach du Scheiße, ich glaube der hört die Türen. Ich muss jetzt den hören. Wow, sieht aus wie so ein Haufen Kacke oder so, Alter. Bitte kommen wir nicht rein, ich lese gerade diese Tafel. Bemerkenswerte Verbindung, neurales Patchwork. Gelverbrauch, Acres, anfänglich rekonstruktiv, unnatürliches Wachstum, symbiotische Ansätze treffen uns beim Shuttle. Der hat einen Wirrgeretzmann, der hat wieder einen Spiegelgeschaut. Ich sage den immer wieder, hey, hey, hör auf. Hör auf damit. Warte, bitte hör auf. Bitte. Ah. Na, mein Kleiner, wie geht es dir denn? Pfff, 16. Januar 2104. Alter 66, Geschlecht, männlich. Einer der schlimmsten Fälle, die ich bisher gesehen habe und das ist wahrscheinlich seine eigene verdammte Schuld. Er hat sich selbst geblendet und seine Eingeweide mit Strukturgel verstopft. Sollte er jemals aus seinem Koma erwachen, würde mich das überraschen. Lies mich über Harts absurde Geschichte, über die Geschehnisse, über Lambda nachdenken. Könnte es tatsächlich sein, dass die WAU irgendwie zur Veränderung und zum Neuaufbau des Menschen... Vanessa Hart. Alter 28, Geschlecht, weiblich. Angesichts der Umstände scheint Hart in guter Verfassung zu sein. Der lange Weg hat nur zur Prellung und Unterkühlung geführt. Die Bestätigung ihrer Geschichte ist schwierig, dass sonst niemand zurückgekehrt ist. Da sonst niemand. Buck. Immer diese Übersetzungsfehler. 1. November 2103 Wie gewöhnlich ist June still und stark bemüht, Augenkontakt zu vermeiden. Sie möchte nicht hier sein. Strohmeier aber besteht auf einer weiteren Evaluierung. June ist nicht störrisch oder unehrlich, aber sie spricht nur, wenn es nicht vermieden werden kann. Sie hat generelle Schwierigkeiten mit anderen zu kommunizieren, besonders mit Ärzten. Catherine June hat einen schwachen Charakter und ist daher das perfekte Opfer dafür, von anderen dominiert und herumgeschubst zu werden. Sie ist ein verängstigtes Mäuslein, das ich nicht aufgeben möchte. Also schweigen wir uns etwas vor und lassen die Zeit verstreichen. Guy Conrad, 41, Geschlechtmännig. Conrad ist tot. Nach dem Arche-Neuroscan kochte er sich sein Gehirn mit einem Wehrem-Maser zu brei. Eine Maser. Eindeutig ein weiterer Kontinuitätsenthusiast, der sich das Leben nahm, um sich einen Platz auf der Arche zu sichern. Schnauze jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf dein Essen gefressen. Ihr seid mir alle zu hässlich, verdammt. Monster, komm. Komm und ess. Hier ist Essen für dich. Komm, mein Freund, komm. Aber nicht in meiner Richtung. Und nimm einen Taschentopf mit. Äh, okay. Okay, das sind also diese Geschwüre, die da austreten. Shit. Scheiße, oh fuck. Ich habe einen Diving-Suit. Unconscious. Und in der Wurde. Akers hat sicherlich verwendet große Structure Gel. Für Wurde. Wurde. Es ist schwierig, wie das hat sich verletzt, seine Gesundheit, und wie es sich auf den Augen der Augen erinnert hat. Und wie es sich in der Augen der Augen erinnert hat. Small amounts of Gel haben immer immer noch nicht verletzt, aber ich kann nicht immer hören, Ich habe keine Recomendationen über die Verkaufnahme von der Erkrankung. Insofern die ihre Bedürfnisse, ich schaue es zu schädlich. Aber die mehr transformierenden Aspekte der Feral-Filie macht mich denken, dass die Meline-Cell-Mutations-Mutations zu erwähnen sind. Ich denke... Ich denke, ich werde mit Dr. Eames und Omicron beschäftigen. okay also dass die augen die wir in diesem einen teil gefunden hatten waren von diesem acres oder wie ich weiß nicht mehr wie es hieß acres gell alter das ist voll kompliziert man ich check hier gar nichts wo muss ich lang also ich bin wieder zurück hier war ich doch schon hier war ich schon oft genug keine irgendwann mal anfangen normal zu laufen bitte soll das denn das kann ich so nicht wir ja und ihr we got to get to the shuttle und enden schäkern an uns? Nein. Ich werde eine Distraktion bringen und sie nach mir bringen. Geh die Gang nach dem Shuttle Station. Warte, Branden, was du machst? Nehm dich, Alice. Ich werde wieder zurück, als ihr seid. Lass uns die Shuttle. Lass uns die Shuttle. Sind Sie sicher über das? Ich habe keine Planung für heute, Herr. See you at dem Shuttle. Ripp, blödie. Der kommt hierher. Wir verstecken uns hier am besten. Die Webcam ist an. Wie der einfach die Tür aufmacht, das gibt es doch nicht. Loll, hallo? Loll, der hat uns nicht gesehen. What the fuck, Mann? Mach mal die Tür zu, wenn du gehst, du Mistgeburt. Ich hasse sowas. Alter, und ich mache es so in Wirklichkeit so. Warum? Alter. Okay. Schauen wir uns das mal an. Türverriegelung außer Kraft setzen. Systemfehler, Schlosssperre aktiv. Verbleibende Ressourcen 0%. Sorry. Schlüsselkontrolle, kein Chip. Ach komm. Alarm-Zentrale, Alarm-Konferenzraum, Alarm-Shuttle-Station, Alarm-Gemeinschaftsraum, Alarm-Maschinenlager. Ein riesiges Struktur-G-Lag hat dazu geführt, dass die WAU die Kontrolle über das Tum-Bett übernommen hat. Er zwang eine Quarantäne zur Vermeidung einer Situationsverschlimmerung. Noch ein paar sprechende Maschinen. Noch eine sprechende Maschine ist das letzte, was wir brauchen. Noch eine. Was labere ich denn hier für die Kacke? Wir brauchen irgendeinen Chip. Den kriegen wir wahrscheinlich aus meinem Arschloch. Weil ich nicht weiß, wie man den Kacke bekommt. Weißt du vielleicht, wie man den Kacke bekommt? Ja? Ne? Ich auch nicht. Okay. Hier waren wir noch nicht überall, glaube ich. Nämlich hier hinten. Ich weiß aber nicht, was es gibt hier. Weil ich glaube, hier gibt es nicht. Ich glaube, hier zu. Ja, hier zu. Ich hatte recht. In der Heimat gibt es viele Straßen, die haben zu. Und da gibt es aber Wodka. Für Leute, die damit nicht traurig sind. Und die gehen immer dorthin und trinken Wodka und sagen, Oh, ich bin traurig. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Damit kriegen Wodka umsonst. Und meine Heimat. Leute, schlau. Juri Gagarin. Schlauer Mensch. Erster Mensch im Weltraum. War von meiner Heimat. Weißt du. Ja. Mein Land hat schön gemacht heute. Ja. Ich würde sagen, dann rip. Ich verstecke mich hier. Warte. Ja, ist okay. Ich stecke die jetzt hin. Jetzt kommt der wahrscheinlich hierher, oder? Hä? Okay. Ja, aber ich check das mit dem Chip nicht, Mann. Woher kriege ich den? Hier ist etwas Missing. Oh. Was ist Missing? Bitte Verbund Chip einführen. Ja. Ich würde gerne was anderes einführen. Aber ich weiß nicht, wo dieser Verkackte Verbund Chip ist. Und ich glaube, das andere würde da auch nicht reinpassen. Das ist nämlich zu groß. Oh. Ah. Das müssen wir hier kaputt machen. Dann da rein. Ohne, dass das Monster kommt. Hm. Oh. Irgendwas schweres, um das kaputt zu machen. Wie zum Beispiel diese Plastikflasche. Ne. Dieses Ding hier. So. Oh. 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 Fuck. Ich glaube diese scheiß Geburt kommt jetzt hierher. Ich kann nicht... Die kommt halt echt hierher. Scheiße. Mit was machen wir das jetzt kaputt? Fuck. Ich habe halt echt keine Ahnung, mit was man das kaputt machen kann. Gibt es hier vielleicht einen kleinen Feuerlöscher? Habt ihr einen Feuerlöscher für den Onkel? Nee? Ach, komm schon. Der ist da hinten. Der ist vielleicht da. Ich brauche doch noch... Ich brauche doch nur einen Feuerlöscher. Hm. Dieser würgereizige... Der erinnert mich voll an das Bitter von Left 4 Dead. Da. Da, da, die, die. Kann man das vielleicht auch auf seinen Kopf werfen? Das wäre wirklich... Eine nützliche Information wäre das. Holy shit, der kommt hier jetzt rum. Der macht jetzt die Tür auf. Der kann die Tür einfach öffnen. Der macht so und dann geht die Tür auf. Und dann geht die Tür auf. Und dann geht es weiter. Oh. Oh. Hallo. Ich bin ein kleines... ...unwichtiges Wesen. Das du gar nicht beachten solltest. Denn ich mach dir gar nichts. Ich bin ein sehr netter Mensch. Ich liebe dich eigentlich. Brandon Warren. Oder Chuan. So, da ist der Kackchip. Rip the Faggot. Wie hast du dich selber... Oh, Lord. Der hat sich so selber gekillt. Okay. So. So, ich versuche mal ein bisschen schneller zu laufen. Aber nur ein bisschen. Oh no. Fuck. Your mama's asshole. Fuck. Warum denn jetzt? Das macht halt gar keinen Sinn, Mann. Natürlich macht es Sinn, dass die Atmosphäre dann irgendwie brutaler wird und bla bla und so eine Scheiße. Aber die juckt mich nicht. Es ist unrealistisch, dass das Licht genau dann ausgeht, wenn ich den Chip von der Hand von irgendeinem Typen nehme, Mann. Ist ja nicht so, dass ich den Strom irgendwie abgezogen hätte oder so. Ja, wo ist dieser Scheiß jetzt? Wo ist diese Kacktür? Hallo. Ach, komm. Okay. Die Tür muss links dann nochmal links sein. Die ist ja wirklich hier nur. Steck rein, komm. Schnell. Hallo? Steck doch den Scheiß rein. Wo stecke ich das denn rein? Hallo? Bitte steck den Scheiß da rein, Mann. Deine Mutter ist hässlich und auf Koks und auf Crack und eine Nutte und eine Hose und eine Bitch und eine Motherfucking-O. Ich hasse dich, ich hasse deine Mutter, ich hasse deinen Vater, ich hasse euch alle. Weißt du, was ich meine? Ja? Weißt du? Nein, weißt du nicht. Weil du hässlich bist, okay? Weil du bist hässlich, weil dein Vater dich aus seinem Arschloch ausgeschissen hat. Hörst du mich? So. Du hörst mich, aber du siehst mich nicht, weil du blind bist. Weil du keine Augen hast, weil du ein Stück Scheiße bist. Ein Stück Scheiße hat keine Augen. Verstehst du mich? Und ich weiß nicht, wo ich diesen Kackchip reinstecken soll. Außer in deine hässliche, fickte Fresse. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, manchmal... Ja, ist okay. Jetzt komm, geh einfach weg. Wo ist der denn? Ach, da. Ist die Behinderung? Warum haut der denn nicht ab? Was ist, wenn ich da ein Licht zeige? Geh zum Licht. Kommt wahrscheinlich jetzt zu mir. Der geht einfach nicht weg. Alter, bitte säubere deinen hässigen Kackrachen. Ja, ja, ja. Ist okay. Na dann lassen wir das einfach. Ah, wir bleiben einfach den ganzen Tag. Okay? Seid ihr einverstanden? Ja, das seid ihr bestimmt. Oh Gott, fick deinen Vater rein. Hey, mi, mi, po, po, po. Mhm. Er ist ganz nah. Ist ganz nah an deinem Po. Er riecht daran. Er mag es daran zu riechen. Denn er mag seinesgleichen. Er mag scheiß... Boah. Er mag scheiße. So. Die Frage ist, wie stecke ich diese scheiße da rein, Mann? Boah, weißt du wie nervig das ist? Hä? Dass es nicht angeht. Jetzt gehe ich dahin und dann kommt er wieder. 100 pro. Weil er hat so einen fünften Sinn oder so. Jetzt komm, steck ihn rein. Ich verstehe immer noch nicht, wo ich diesen Scheiß reinstecke. Was machst du denn hier, Mann? Hilfe! Was machst du denn hier, Mann? Verdammt! Alter, wie kacke bist du eigentlich, Mann? Ups! Ups! Habe ich gesagt! Ups! Habe ich gesagt! Falscher Raum. Mann! Scheiße! Scheiße! Scheiße, Mann! Hey! Ja! Drei Stunden aufgenommen. Ja, ist schon gut für mich. Für meine Verhältnisse ist es wirklich gut. Alles von neu? Ne. Aber ich weiß ja, wie es funktioniert. So. Wir machen es einfach ganz schnell. Zack, 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 zack und dann ist er tot und dann ist er weg. Okay, hier ist der Typ. Wo war denn dieser Scheißdreck? Hm? Ich mach das nicht auf, sonst hört der das und das wollen wir ja nicht, dass der das hört. Wir suchen nämlich einen Feuerlöscher. Einen Feuerlöscher, der da hinkt. Genau. Und dann machen wir schönen Lärm. Okay, das ist hier. Dieses Büro, wo man es formatiert, ist hier. Okay, merkt euch das. So, gerade. Warte, warte, die links. Links. Dann rechts. Okay, also links, 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 rechts. Okay. 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 Die Frage ist, kommt der hier überhaupt rein? Komm, ich provoziere es jetzt. Bitch. Bitch, better have my money. Bitch. Und was machst du jetzt? Kommst du hier rein? Nein. Ha. Hier. Hier bin ich. Hey. 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 Kann halt echt nichts machen. Geil. Hey. 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 Hey, du. Hey, du hast deine Dose vergessen, du Lappen. Geil. Zeig. Die ist schon mega hässlich. Hat der das gehört? Okay, passen auf, dass wir nichts berühren. Dann gehen wir links, 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 rechts. So, links, links, links und rechts. Läuft man, jetzt läuft's. Beim zweiten Mal. Tür wieder zu, damit der das auch schön hört. Strom wieder aus. Türverriegelung. So, Schlüssel. Hey! Ich hab' einen Chip. Ich hab' doch einen Chip eingesetzt. Na toll. Das kommt wieder hierher. Die Maus brauchen wir nicht. Acres ist nicht alleine. Mindestens drei zusätzliche Kreaturen. Türen überprüfen und versiegen. Die Treppe runter. Shuttle nach Omikron. Ach, das ist Acres. Der Typ. Aber der hat keine Augen. Natürlich ist es Acres. Lol. Das macht Sinn. Adams ist tot. John ist tot. Constance ist tot. Four Queen. Und das sind die einzigen, die leben. Mal. Hey Acres. Ich hab' gehört, du bist nur hoch. Der tanzt für uns. Der tanzt für uns. Das ist wie beautiful. Toll, wie formatier' ich den Kack jetzt? Kack, yes, 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 yes. Hat er das nicht gehört? Vielleicht kommt sie jetzt angeflogen. Tuk, 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 tuk. Die Frage ist halt, wie läuft der nicht gegen Wände? Wenn der keine Augen hat. Der hat nicht mal so einen Gehstock oder so. Also so einen Blindenstock. So, wie formatiere ich jetzt? Mal einfach mal alle Türen auf. Hier ist ein PC. Vielleicht kann ich hier formatieren. Nö. Ich formatier' aber auch nicht hier. Oder? Nee. Leider nicht. Hm. Hey Acres. Kannst du mir bitte sagen, wenn man formatiert? Oh. 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 genau so unrealistisch klatscht hier einfach eine um die ecke was zur hölle ja wie formatiere ich das jetzt sagt was software schlüssel abgelaufen chip aktualisieren wie es ist nicht so aktualisierungs mäßig aus hier weil er der kotze mich langsam an ich habe keinen bock jetzt zu warten bis der weg ist der sieht es so ähnlich oder jetzt warten wir mal bis der kommt er sieht ja nichts als solange uns nicht bewegen keine geräusche man weiß doch nicht dass wir da sind gut ab jetzt wir verfolgen okay dann halt nicht wo kann er sich einmal verpissen so sieht er übrigens aus das ist er eikers toni 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 tischkante tischkante eikers alter ich hasse dich mann du bist so hässlich ich hast du das gehört komm her komm her hier bewegt es noch mal hier alter hier hörst du das stühle hörst du stühle ja gut dann lassen wir das einfach nie wieder verpiss dich einfach nie wieder okay anna du siehst doch gar nichts warum kommst du wieder zurück wie sinnlos hat genau ja gut dann wird es dann eine längere folge faggot g faggot 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 wow wie schnell ist der denn faggot faggot Jetzt. Holy shit. Das ist ja Usain Akers, Alter. Alter, wie schnell will. Hallo. Hey. Na? Na, du hässliche Scheißgeburt. Na, du Hosen. Ich hab kein Problem. Ich hab kein Problem. Alter, ich kann nicht mehr. Der geht hier einfach nicht weg. Der geht hier einfach nicht wirklich in Ausgeburt. Ich speichere. Ich speichere. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich hab wirklich keinen Bock mehr. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Bitch.